herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von mit not die welt erobern wir sind hier in afrika und ich finde es auch ganz interessant dass die karte komplett anders aussieht ja ich seht es ja selbst wir hatten vorher diese grünen schauplätze und jetzt ist halt alles eher in diesem braun gehalten finde ich auch ganz nice dass auf sowas halt auch geachtet wird und ja wir werden noch ein bisschen was anderes sehen jetzt nicht unbedingt bei command conquer aber vielleicht bei alarmstufe rot wenn ihr da bock drauf habt so wir haben das letzte mal hier diese diesen bereich quasi für uns erkämpft wir haben es ganz gut geschafft uns hier festzubeißen und jetzt sollen wir hier und muss ein bisschen aufpassen was hier was man hier machen kann wir sollen hier das flugfeld zerstören damit ein angriff vorgetragen werden kann auf die feindlichen stellungen im niger aber wir sind jetzt hier nicht im niger und wir machen quasi wir sorgen dafür dass die luftherrschaft von gdi gebrauchen wird sagen wir es mal so so kommt denn jetzt da kommt ein panzer mit jetzt bräuchte ich noch mal ein bisschen luftabwehr ich hoffe dass ihr reicht um wieder unten auszuschalten so auf geht's feuer frei warst die stunde des wortes schieß 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 yes okay kein problem du fährst aber mal hier hoch ich mag das immer ganz gerne so ein bisschen zu verteilen okay die brauchen wir nicht die schützen brauchen erstmal nicht die panzer die brauchen als erstes so und ihr geht jetzt hoch flammenwerfer sehr gut flammenwerfer vor panzer rüber 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 Das geht jetzt unbedingt hier oben an. Zusammenwerfer brauchen wir ganz dringend. Sehr gut. Der Panzer. So. Okay. Jetzt haben wir da erstmal Ruhe. Truppen kommen hinterher. Äh nochmal, achso das habe ich euch glaube ich schon mal gesagt, aber kann man gerne nochmal sagen, Flammenwerfer machen wahnsinnigen Schaden an Gebäuden. Also anscheinend sind die Gebäude von Nod oder von GTI vielmehr aus Plastik. Destruction complete. Perbidden. Ready invasion. Yes. Ready invasion. So. Ready invasion. Perbidden. Yes. Perbidden. Why not? Ich habe echt das Gefühl, ich muss hier ganz schön vorsichtig sein. Helo ready. Helo lost. Ja, das ist hier mit den Flammenwerfern, da schieße ich mir auch gerne alles selbst kaputt, wenn es darauf ankommt. Ja. Yes. You got it. Perbidden. Yes. Perbidden. 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 Yes sir. You got it. No. Building. Perbidden. Yes. So. Okay. Perbidden. 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 Es ist halt aber auch echt heftig. Man muss aber auch sehen, dass das Spiel halt so gespielt wurde früher. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg, vielleicht so, aber das war es eigentlich. Und dann konnte man halt auch die einzelnen Einheiten besser voneinander unterscheiden. Aber trotzdem, es war immer super gefährlich dort. Dort. Ja. Wenn man dann halt ein bisschen, hat man nicht aufgepasst und dann sind halt die ganzen Infantik-Solaten komplett alle über den Jordan gegangen. Ist ein bisschen schwierig. So. Okay. GDI Procration. Okay. Also Südafrika ist ein Thema. Wollen wir mal den Vorstoß hier verhindern. Ähm. Hm. Ähm. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier direkt auf Nigeria. Den wollten, den will die Nordjahr haben. Deswegen haben wir den Angriff jetzt gemacht. Oh. Die Korruption ist 93 Prozent. Government in Transition. Das heißt, sie sind am fliehen Kapital. Also der Hauptstadt ist Abuja. Ähm. Population 88 Millionen. Das ist ein riesen Land. Ähm. Ja. Gucken wir mal rein. Auch hier. Äh. Militärische Stärke ist bemerkenswert. Heißt das reasonable? Ich glaube ja. 50 Prozent Resistenz. Also jetzt wird es schon mal so ein bisschen ärger. Sagen wir es mal so. So. Ich schütte mir schon mal einen Kaffee ein. Dann gucken wir mal, was das Sef zu sagen hat. Ne? Ich bin zu glauben, dass du. Aber jetzt hat Kane gefragt für deine Servicesen, specifically. Er denkt, du kannst das. GDI hat einen Nuclear Detonator gepostet. Und Kane's intelligence zeigt, dass es nicht noch nicht unpacked ist. Since du so bist so brillant, sneak in die GDI base mit der kleinen Task Force. Find die Kratie und raus. Wenn du kannst. Und wenn du Glück hast, ich habe einen Helikopter waiting für dich. Okay. Kommando-Mission. 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 Kann doch mal schnell. Eieieiei. So. Gehen wir mal wieder raus hier. Ne, doch keine Kommando-Mission. aber mit wenigen truppen so was ist ja immer ganz schwierig dann fahren wir erst mal hier vor muss jetzt erstmal einen überblick kriegen das heißt wahrscheinlich da ist wieder einer hinter dem baum wahrscheinlich muss ich angreifen also mit den ingenieuren muss ich den stillen ok da kommt ein panzer das heißt ihr geht mal nach da ihr geht hier drauf und flammenwerfer du kümmerst dich um den rest schieß schieß wahrscheinlich war das keine keine gute idee wir müssen ja nicht jeden kampf führen ist halt wirklich so ja ich will jetzt nicht sagen steinschere papier dafür ist es dann doch ein bisschen zu komplex aber so ungefähr kann man das halt schon sehen muss halt schon gucken ob wir genau die jetzt da hin bringen wo wir sie brauchen wenn es mir möglich ist auch hier gerne den granatentyp da unten lassen wo er ist so raketenwerfer vor noch mal die ingenieure geben wir mal die nummer eins ich schieß schieß in jetzt drüber noch ein panzer könnt ihr gern angreifen kann sehen wir ok nicht gut weg 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 ok ok ich greife den richtigen an sehr gut ist geil dass auch die bäume brennen aber ah man schießt ich schieß mir die eigenen einheiten tot ja nicht gut ja das war sobald man die den überblick ein bisschen verliert ist es ein problem wenn der down ist ja das war's ok wo habe ich ihn gespeichert ich glaube habe ich ihn in der mission überhaupt gespeichert ich glaube ja ok dann können wir jetzt einiges noch mal besser machen wie zum beispiel den einen angriff da drüben vermeiden ja gut ja gut ja so panzer vor ich würde es gerade sagen scheiße ich brauche auch einen der mir hilft gegen den rags 0 aber hat sich erledigt ok ok jetzt muss ich die raketenwerfer holen immer noch mal ein so ok 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 ah nicht gut ok 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 warte jetzt mal dann nehmen wir ersten schützen dann den rak 0 und dann die panzer und das not mod also um diesen panzer da zu verstören ja ja preise ah nicht gut ok aber wie gesagt nicht sofort die blinden zu fahren werfen es gibt immer die möglichkeit nochmal irgendwas zu retten schütze vor da kommt auch schütze arsch übrigens jetzt auch und jetzt einfach rüber perfekt der war der richtige mann am richtigen ort ja 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 perfekt perfekt fahr wieder weg hier will ich nichts zu tun haben ja 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 sehr gut jetzt unten so nein das war nicht gut ok aber vorrücken 1 zu 2 ich will nur einen flammenwerfer es ist mir lieber ok sehr gut nein ich habe es gar nicht gesehen dass sie es wieder aufgebaut haben ach man mal gucken was sagt das denn ähm ich soll den stehlen ja dann versuchen wir das doch mit dem was wir noch haben ne vielleicht reicht er nicht drauf fahr da ist er ja ne das war er nicht ich habe irgendwas auf ach hier drüben ach hier muss ich hinten kommen ich glaube ich habe ihn doch aber ich muss hier rüber fahren aber wie komme ich da hin hier unten lang ja das ist ja geil Leute muss ich jetzt ich hoffe ich muss jetzt einfach nur runter kommen äh und dann ist gut blau 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 ja guck mal da kommt mein mein transporthelikopter jawoll ah cool ja manchmal darf man nicht zu früh die blunder ins korn werfen ja auch wenn es mal nicht so gut läuft ne muss man mal durchbeißen Gas geben wunderbar damit ist Nigeria eingenommen ich hoffe wir holen da richtig schön Truppen raus dass wir da jetzt in Ruhe hier weitermachen können so jetzt würde ich erstmal hier das Teritorium angreifen die Zentralafrikanische Republik 3 Millionen Einwohner Hauptstadt ist Bangui Government äh ja Regierungsform ist Republik Korruption 41% die haben es eigentlich schon so ein bisschen besser im Griff als so ein paar andere hier ähm wir kämpfen in Bangasu und die militärische Stärke ist lächerlich na gut aber 50% Widerstand trotzdem also die sind ähm ja die sind eigentlich ein Land was von den Zahlen her wenigstens ein bisschen besser dasteht Well there's no stopping you is there but Cain may not be as impressed with you as I thought you've been relegated to a simple propaganda mission oh propaganda mission sneak into this GDI base and steal their new toy they call it orca and it's a high speed attack helicopter use it to destroy this village this should be a no brainer for someone of your caliber ha 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 oh Gottchen ein no brainer für mich ok so wir sollen den orca stehlen aus einer GDI Basis und dann damit ein Dorf zerstören das ist übrigens nur ein Propaganda Video in Wirklichkeit wird der Orca von jeder Rakete getroffen da ist überhaupt keine Möglichkeit auszuweichen cool ok die Truppen sind geteilt das kann ja was werden ok dann du erstmal orientieren ok also die Ingenieure sind ganz wichtig die Ingenieure um in die Orcas einzusteigen Not Oh 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 oh. Weck weck Lasst die erstmal durch die Be recyclare rumrängen ですね Okay, nicht gut. Also der Fluss wird überwacht von einem Kreuzer, von einem Rackkreuzer. Ja, das wird schon mal vergessen. Nochmal neu restart bitte. Okay, orientieren, orientieren. Es ist relativ eng. Okay, also oben wissen wir Bescheid, da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Da stellen wir erstmal die Truppen nach unten, dass wir da keine Probleme kriegen. So, jetzt haben wir natürlich... Ah, hier ist nichts zum Aufklären hier oben. Hier drüben. The Problem ist, wir haben halt verschiedene Infanterieeinheiten und müssen dann halt adäquat reagieren. So, weg. Was braucht hier? Euch. Okay. Okay. So, dann weiter, jetzt kommt... Wir haben jetzt gerade eben ein Panzer erlebt. Hier, hier, ich geh mal auf die 1. Ne, warte mal. Genieure auf die 1. Flammenwerfer auf die 2. Guck mal erstmal. Geht zurück. So, jetzt nehmen wir den Messer mit hier. Hö, 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 hö. Hier geht das erstes vor, dann kommt's hier. Nein. Wir müssen auf jeden Fall ausschalten. Okay, wir müssen auf jeden Fall ausschalten. Das geht gern weg vorbei. Sehr gut. Geht zu unterstützen? Nein. Gut. Ich habe es. Ich habe es. Ja, Sir. Wir sind weg. So, Ingenieure weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Geil. Jetzt habe ich gerade... Oh nein. Okay, gut. Okay. Also hier oben müssen wir auf jeden Fall rein. Nein. Der Panzer ist auf jeden Fall dafür da, um hier, äh, beschilden quasi. Also, der Panzer ist dafür da, um zu tanken. Sehr gutes Wortspiel. Nein. Ähm. So, warte mal. Also, jetzt machen wir mal alles so ein bisschen... Man will halt gerne schnell spielen, aber in solchen Missionen ist das auf jeden Fall unmöglich. Jetzt werden wir erst den Panzer ausschalten, dann werden wir mit unserem Panzer den Turm angreifen. Also, kriegen wir hier nicht so viel Schaden. Und dann werden wir den Turm dann mit unseren anderen Truppen hier vernichten. Ich würde auch sagen, wir schicken die Flammenwerper mit nach vorne. Die haben ganz gute Arbeit geleistet eben, habe ich gesehen. So, weg. Nicht lang rum machen hier. Wir brauchen jeden Mann. Weißer, hat das gerade noch hingekriegt. Ah gut. So, jetzt vorrücken. Rüber, aber die Flammenwerfer nicht mit zusammen. Danke. Nein, nein. So, ein Flammenwerfer mit nach vorne. Ah, der war schon angeschlagen. Der Turm war nur auf halber, halber Stärke. Oh, der muss weg. Ich, 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 ich. Oh, nein. Nicht ganz so gut. Okay. Okay. Flammenwerfer. Einmal vorrücken. Yes, sir. You got it. Ready? Right away, sir. You got it. You got it. You got it. You got it. Aber, ein Schuss reicht jetzt und dann fliegt dem Mann zum die Ohren. You got it. Nein! Nein! Dieser eine Schütze! Mann! Dieser eine Schütze hat meinen ganzen Plan zerstört. Aber ihr merkt schon, das ist echt nicht einfach. Okay, ich hätte speichern sollen. Okay, also jetzt Soldat vor. Hier langsam hinterher. Und ab geht's. Ah, sehr gut. Ihr könnt schon mal ein Stück vorrücken. Schlammwerfer reparieren. Ich glaube. So, hier oben da. Der Typ. Also, der hier will. So, ganz vorsichtig. Kommt hier oben? Ja, der kommt da. Okay, das war ganz gut. So, wir machen eine Speicherung. Sieht gut aus. Jetzt bin ich ganz vorsichtig. Der soll jetzt nicht in die Reichweite von Panzer kommen. Sehr gut, sehr gut. So geht's. Okay, jetzt weiter vor. Sehr gut aus, Leute. Okay. 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 Okay, gut. So. Komm, ein Flammenstoß reicht. Jawoll. Im Vorrücken. Nächster Flammenstoß. Oh, jetzt gehen draußen die... Das ist so geil. Hier draußen der Rasenmäher an. Sommer ist immer gut. Ich habe immer das Gefühl, die Nachbarn sprechen sich auch so ein bisschen ab. Ähm... Wann? Nein, nein! Oh nein! Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Fuck! Was machen wir jetzt? Gucken wir mal, ob ich noch irgendwas machen kann hier. Hier Bauhof. Ja. Okay. Dann nehmen wir jetzt... Nehmen wir jetzt ganz in Ruhe die ganze Basis ein. So, was kostet das Power Plant? Äh... 300. Okay. Also lohnt es sich ein. Preise. Okay, das war nicht so gut. Aber es war fast gut. Dass der Orca losgeflogen ist, das war ein Problem. Den hätte ich natürlich gerne gleich mitkassiert. Die Orcas sind nämlich relativ teuer. Okay. Vorrücken. Flammenwerfer vorrücken. Yes, sir. Right away, sir. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Moving on. Yes, sir. Moving on. Okay. That's good. Ready and wait, roger. Yes, sir. Reporting, yes. Reporting again. Affirmative. Wait away, sir. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Flammenwerfer weg, 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 weg. Und nochmal. Ach, warte. Yes. Supporting. You've got it. Supporting. Yes. Okay. Yes. Right away, sir. Right away, sir. Roger. Den Speicher. Ready and waiting. Moving out. Okay, jetzt... Bleiben wir mal alle, wo wir sind. Jetzt schicken wir nur den einen rein her. Ready and wait. Ready and wait. Okay, perfekt. So, nächstes. Dann brauchen wir... Right away, sir. Yes. Right away, sir. Yes. Good morning. Ready and wait. Huck insufficient funds. New construction options. Huck. DDI building. Captured. Und du gehst jetzt ganz schnell hier hin. Dann nehmen wir die Raffinerie ein. Am besten wenn ein Sammler drin ist natürlich. Geil, geil, geil. Läuft gut. So, weil wir haben jetzt hier auf jeden Fall das Teil. Wenn es mit dem Geld knapp werden würde, dann könnten wir halt das nochmal verkaufen. Die Raffinerie hier. Constructions complete. Äh, die... Neue construction options. Die, äh... Reapons Factory. Constructions complete. So, jetzt haben wir 900. Wunderbar. Wunderbar. Beding. Hat in die Baracke gekostet. Ja, es lohnt sich halt alles mit einzunehmen. Okay, da kommt der Sammler. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt schnell genug hin. Weil, wenn er drin ist, dann ist gut. Yes. Okay, jetzt. Jetzt bauen wir ein Guard Tower, weil ich möchte die hier jetzt nicht angreifen ohne ein Guard Tower. Hey, du bleibst erst noch mal hier, bitte. So. Schieß, 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 schieß. Noch mal ein Tower bauen. So. Was? So. Wechseln wir das ein. Was ist denn da noch? Ach, hier oben ist noch einer. Low Power, Leute. So, rein, machen wir erstmal einen Abriss. So, weg, 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 weg. Okay. Okay, 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 okay. Schieß doch. Scheiße. Passt gut, Leute, passt gut, Leute. So, hier. Mit dem Orca müssen wir jetzt hier in seinen Arsch retten. Okay, ähm, sieht nicht ganz so gut aus, mal gucken. Okay, das war sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich nur mal lobend auf die Schulter klopfen, das hat sich sehr gut gemacht. Okay, Leute, ähm, oh, mein Wecker geht los. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit diesen frischen Erkenntnissen, dass wir jetzt dann hier nach... Ich denke mal, das kriegen wir sehr gut hin. Und, ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und werden dann hier die Basis einnehmen und gewinnen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Macht's gut, Leute, bis zur nächsten Folge und ciao.